Gehen kommt sie. Oh man! Okay, das war's. Was hat diese Scheiter denn gemacht? Keine Ahnung, irgendwie gar nicht. Es hat ewig gedauert, den umzudrehen. Geht's weiter? Was ist das denn? Können wir da rauf und du bewegst es? Scheint so, ne? Willst du das fahren? Ach du Kacke. Ist ja geil. Hör mir die Dinger ein. Das wird eh geteilt, ne? Ja, kriegen wir beide. Oh! Oh! Ach! Okay, man sollte nicht ganz so große Schritte machen. Das Dunkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Wo denn? Ja, wo denn? Ja, wo denn? Hopp, hopp. Was macht das Licht an? Ein riesengroßes Baumhaus! Ein Baumhaus! Oh Gott! Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an eine... Wer redet denn an die beiden sind noch tot? Gehen wir rein! Ja. Ja. Ich weiß eigentlich was da los ist. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Na. Dort. Und schließlich ist dies das Heim einer Hexe. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Eine Hexe, sagst du? Eine Hexe? Was ist das hier unten denn? Das denn hier ist ein Eintopf. Hast du wieder Blasen? Ja. Auf einer Blase rumtanten. Auf Spaß. Ist das da oben? Oh, ich leg's erstmal das Zauberbuch. Ich lege dieses Medaillon an und folge mir durch die Spiegel. Schleichen wir uns heute Nacht raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ach so. Wie denn? Komm da raus, wenn man hier reingeht. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wenn man da reingeht, kommt man da unten raus. Portal. Ah, ich verbrenne. Die Kugeln müssen wir da reinkriegen. Das Portal bewegt sich. Hä? Hä? Jetzt. Voll komisch. Hauptsache, wir kommen weiter. Egal. Ah! Aki tot. Levelaufstieg. Checkpoint. Du musst schon wieder Blasen. Komm. Nein, ihr kocht nicht. Das Ding muss kochen, glaub ich. Kriegen wir das Ding zu. Da unten ist er irgendwie noch. Hier ist eine Fallschirm. Machen sie mal auf. Ja, okay. Ah, das muss dann weiter rüber. Mit diesem Rohr. Ah, okay. Dahin ist noch eins. Wie kannst du das so drehen? Ähm, mit BST ganz normal. Geh schon mal hoch. Rechts unten ist auch noch... Ja, genau. Was? In die links unten machst du. Rechts unten ist auch noch was. Und? Wo ist noch... In die rechts unten? Alles geklappt? Ne, warte mal. Ach da ist was. Kommen wir da hin? Okay. Ne, ich hab das erstmal andersrum gemacht, damit ich an das Ding da rankomme. So. Jetzt müsste es klappen. Jetzt geht's. Da ist wieder so ein Portal. Warte mal. Ah, okay. Warte, jetzt kannst du es durchspringen? Ach so, ich muss mit der Blase durchgehen. Hä? Warte. Irgendwie andersrum muss das werden. Ich glaub sonst funktioniert das nicht. Geht das mal raus? Ich... Ich... Äh... Das muss andersrum sein, das Portal irgendwie. Wie andersrum? Ja, kann man das nicht mit drehen, weil ich... Ich komme ja dann auf der anderen Seite auch wieder oben raus. Und das bringt ja nichts, falls ich das Wort wieder runter. Ach so. Lass es mal bitte noch ein Stück höher, bitte. Ich will das Ding ja... Ah ne, ist schon. Okay. Ach so, du fällst dann gleich wieder. Ich kann das auch schnell wegnehmen, wenn du da durchfällst. Warte. Es bringt ja nichts. Ups. Besser. Eigentlich auch egal. Wir können auch auf der anderen Seite hier hoch. Was das jetzt bringt, weiß ich nicht. Ach so, das ist... Ah, ich weiß. Damit ist umgelegt. Diese... 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 Warte mal. Oder? Sag mal, wenn es über den Ding... Über den Stein ist... Geht nicht, ne? Nee. Ich sehe es leider, weil es gerade nicht von hier... Ach so. Ich komme ja nicht hoch. Verdammte Scheiße. Ich suche mir keine Blasen mehr. Ich suche mir keine Blasen mehr. Ich suche mir keine Blasen mehr. Das sieht aus. Fällt runter, ne? Oh. Es hilft ja sofort. So, ich bin drüben. Wie das denn? Ich bin drüber gesprungen. Ah, hier ist Wind! Fasziniert das? Hier brauchen wir irgendwie eine Kugel oder sowas, was man hier rauflegen kann. Nein! Was ist denn? Jetzt? Ich komme jetzt hier durch. Hier ist ein Checkpoint auf jeden Fall. Kannst du das Tor nochmal aufmachen? Welches Tor? Ach so. Ich habe nichts zugemacht. Ah, ich komme hier nicht durch. Das kenne ich irgendwo her. Das macht die Spiel gerne mal. Was soll man das denn machen? Da ist ein Oben lang. Oh Mensch. Ja. Jetzt los. Bewege mal das rechte Portal, bitte. Bei der Nachricht. Geht das? Ah. Super. So? Ah, ja. Jetzt hauen wir mal drüben. Huht. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, sicher. Nein. Oh. Ah. Oh. Danieh! sterb du scheiß kohle oder goblin was auch immer das war eben was habe ich hier denn noch planke kosten zeug mal weil sie an weiteren punkt habe hier irgendwie hoch als wir noch mal eine kist hin setzen Nein! Ha! Oh Mann! Wie geil, warte, ich hole es noch schnell! Und jetzt? Achso! War gut! Ganz simpel! Toll! So, warte! Yay! So! Das sind hier auch... Oh Gott! Warte, wir müssen mal rein... Wie machst du das denn? Wie bist du da hochgekommen? Ja, rüber gespuckt, ne? Hä? Geht doch gar nicht, komm gar nicht so hoch! Was haben wir nicht drauf, hast wahrscheinlich... Achso... Ey, da kommt man nicht hoch, ohne Scheiß! Klar! Doch jetzt! Was? Man kann ja doch so einen doppelten Spruch machen! Oder so... Hallo? Hallo? Wie geht's? Wie geht's? Ja, hier... weiter hoch, oder? Oh! Oh! Wollen wir nicht hier hoch? Hier ist zu viel, hier geht's auch weiter... Keine Ahnung... Hier mit Teleporter... Ja... Hier brauchen wir... Wo bist du? Ja! Achja... Wisst du, wenn man da durchspringt? Kommst du rechts... Links da wieder raus... Wir müssen das irgendwie zum... Zum Helzen bringen, glaube ich, wieder, oder? Achso, warte... Ich kann das ja... Ups... Ich glaube, von der Seite, oder? Ja, genau... Genius! Bitte? Ey! Hör auf jetzt! Nein! Hallo! Ja, stimmt! So... Nein! So, ich bin durch, und du? Oh, ich bohre noch ein bisschen... Aua! Boah! Ich hätte dieses Volkado einfach nehmen können, um da durchzukommen, ne? Rein theoretisch... Was ist denn die Bühne Scheiße? Was geht denn hier ab? Weiß es noch nicht... Jetzt? Mach das weg! Ja, wie denn? Achso... Einfach verschieben... Ja... Jetzt? Ach, das ist ein Scheihebel... Mach du mal, ich bin halb tot... Ja, ich nicht! Zum Glück... Einmal überlegt man aber... Ach, Glück! Hey! Achso, ich dachte... Das ist so... Ach... Ach... Oh, geil... Aha... Ach... Oh, tschüss... Ich will noch mehr, oder? Wirst du... Ach... Ach... Ich habe dir vorhin die Eier getreten... Oh man... Ah! So. Und jetzt? Was? Wo? Wie kriegt dein Magier? Zack! Ja toll, wie kann man denn jetzt wechseln? Kannst du wegdrücken mal die... Okay. Ah. Wo müssen wir überhaupt hin? Noch mehr? Oh Gott. Ey, du hast ihn getötet, oder? Noch mal die Eispfeile hoch. Jetzt noch mal hier zurückgehen, dass wir uns wieder heilen können. Okay. Kannst doch wieder den Krieger machen, ne? Der Krieger! Ja. So, und du? Yay! Tom. Nein du! Lass mich da jetzt mal rüber. Jetzt nimm doch die Dings. Das Ding geht auch hier runter, wenn man sich hier so rausstellt. Was ist denn hier? Wenn man diesen Schuss noch nicht steuern kann von der alten... Zack! Ich schaff's auch ohne. Ach, hier ist ein Tampolin. Zack! Okay. Wuuuunt. Da oben ist eine Kiste, ne? Ah. Wolltest du nicht eine Kiste haben hier? Warte. Du war eine Spinne gerade. Moment. Gottchen. Du denn hier? Achso. Ich will eigentlich mal... Geh los. Hallo, lass doch mal da liegen. Oh man. Bringt das jetzt hier? Bringt das jetzt? So, geht doch. Sehr komisch hier. Ich hör' nochmal die Kiste hier. Ne, versteinert der Baum. Ich glaub ich gerade nen Bug gefunden. Wieso? Ich komm' mich... Hä? Ich komm' mich hier einfach festhalten, obwohl das gar nicht... ging eigentlich. Nein! Wieso ging denn der dritte? Ja. Wieso ging denn der dritte? Ja. 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 Was ist das? Wieso gehen die auch beide gleichzeitig auch mal? Wieso gehen die auch beide gleichzeitig mal? Ach jetzt. Ah, was ist das? In die Fresse. Geht die automatisch runter irgendwie? Ja. Guck, das geht nicht. Dem konnt ich mich daran kerstellen. Hör mal auf! Ich will zu hier rüber. Kannst du das Ding mal hoch machen? Oh man, ich komm hier nicht hoch. Es tut mir leid für dich. Ah nein! Wurde gefallen, ey. Was ist das denn hier? Oh man. Schlimmer wie Lava-Jump. Haha, nicht ganz so schlimm. Ne, weil die Passagen nicht ganz lang sind, das stimmt. Jetzt? Was ist da unten noch von dir? Die Kisten, aber wenn man da nicht in die Stacheln fliegt. Kannst du dich auch nochmal... Ach du bist noch nicht hier, ja. Nein! Nein, wie dumm. Oh. Fuck. Bist du tot? Jetzt muss ich allein hier einfach. Ist ja auch tot, ne. Viel Glück. Warte, ich spring runter mit Shit. Es geht. Oh. Ich kann jetzt auch ne Planke machen, oder man? Oh. Geil. Äh. Was ist so ein Zweifel? Und jetzt? Was ist hier los? Was ist hier los? Und jetzt? Oh. Also, ich bin das. Ich bin ein Zeichel. Ich bin ein Zeichel. Ich bin ein Zeichel.